Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulcanoids. Ich grüße euch und ja, wir haben wir letztes Mal fleißig ausgebaut, haben ein kleines Lagerchen wieder gebaut hier oben, haben eine neue Etage, haben Fensterchen, haben neue Waffen. Ach, es ist ein Traum. Es wird immer besser hier und gemütlicher, muss man sagen. Lämmchen haben wir. Ach, ich glaube, die lieben Nachbarn sind schon wieder da. Guck mal an. So, was wollte ich gesagt haben? Wir wollten den Ketten, glaube ich, kontaktieren oder? Hatten wir irgendwie noch eine Aufgabe? Nee, ne, oder? Funkgerät. So, Reach-Modul T1. Ui! Bild-Research-Modul. Ja, einen Konverter suchen. Haben wir den nicht sogar schon? Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann gucken wir mal. Äh, Kohle. Genau, Kohle haben wir da unten. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir unsere Technologie-Kram haben, wo der Flexi aus der Vergangenheit hier, äh, Technologie alles gesammelt hat. Oder haben wir das? Nee, das haben wir, glaube ich, im Frachtraum gelegt, ne, oder? Ja, das ist das Bohrers. Ach, stimmt, die Sachen hatten wir ja gesammelt beim letzten Mal von dem Bohrer, die neuen Sachen. Aber wo haben wir denn? Ich düse mal. Haben wir denn? Haben wir irgendwo noch Technologie rumliegen? Also, nach dem Kampf letzte Mal und so, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob wir noch irgendwie Technologie haben. Ah, doch, hier haben wir gar nicht markiert. Ach, der Flexi aus der Vergangenheit nicht gut gearbeitet. Muss ich mal sagen. So. Hier. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Speerkopf, den haben wir. Hier. Wir brauchen, was noch? Einen Konverter. Haben wir. So, Frachtraum. Hier direkt nebenan. Haben wir. So, Station Wild Research einschalten. Das ist die da unten. Machen wir das mal. Und jetzt müssen wir Kupferplatten herstellen. Die Kupferplatten, die ist aus, genau. Wir haben ja herausgefunden, dass man die auch aus- und einschalten kann. Ähm, wie viel brauchen wir denn? Von drei Stück. So, drei haben wir. Kupferschrauben, drei Stück. Haben wir auch. Und jetzt Forschungsdatenstufe 1 herstellen. Das müssen wir hier machen. Forschungsdatenstufe 1 ist Forschungstechnologie. Forschungsdatenstufe 1. Forschungsdatenstufe 1. Gegenstände von Frachtraumkonverter. Das ist auch Forschungsdatenstufe 1. Ist, glaube ich, egal mit was wir das bauen, oder? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich baue das mal. So. Jetzt müssen wir ein Forschungsmodulstufe 1 herstellen. Forschungsmodul. Das müssen wir an der Werkbank machen. Ich schalte das mal wieder aus. Damit wir ein bisschen Strom sparen. Ne, wir müssen ja auch heutzutage, müssen wir ja Strom sparen. Wir wissen alle, wie es schwer ist, wird. Und ist... So, jetzt müssen wir bei Module, müssen wir... Lass mich kurz überlegen. Das hier. Forschungsmodulstufe 1. Ja. Modul zur Erforschung. Der auf der Karte gefundenen Technologie-Komponente. Hm. Forschungsmodul steh... Äh, stehlen. Stehlen. Hier zum Drillstipfrachtraum. Klicke in die Menüleiste und nimm den Gegenstand. Forschungsmodul. Da. So. Close the Inventory. Schraubenschlüssel. Mitte 1. So, jetzt müssen wir das natürlich erstmal selecten. Beziehungsweise jetzt müssen wir das irgendwo verbauen. Die Frage ist, haben wir überhaupt noch eine Wand dafür? Frei? Weil wir wissen ja, dass wir das bauen können an der Wand. Aber das Problem ist, ich glaube, wir haben noch gar keine Wand frei, oder? Können wir nicht sogar tatsächlich einmal noch verlängern? Bin gerade überlegen, ob wir nicht noch einmal verlängern. Verstehst du? Wie ging denn das nochmal? Wie können wir denn einen längeren machen? Weißt du, wie ich meine? So. Drillstip-Segment. Genau, das war das. Siebenmal Kupferplatten, fünfmal Kupferschrauben. Zebenmal Kupferplatten. Okay, wir brauchen wieder Kupferbarren. Warte. Da stellen wir mal ein paar her. Machen wir mal so 15 Stück. Können wir eh nicht mehr herstellen, ne? Mal wieder ausmachen. Und dann brauchen wir jetzt... Was habe ich gesagt? Zehn Kupferplatten, fünf Kupferschrauben. Zehn Kupferplatten. Oder richtig, ne? Zehn Kupferplatten. Holy Jesus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und fünf Kupferschrauben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt können wir quasi das Segment bauen. Juhu. Das haben wir jetzt im Frachtraum. Und das müssen wir wo hinpacken? Das mussten wir doch irgendwo hinpacken, ne? Module. Ne, Drillstip, Aufwertung. Hier war das, glaube ich. Geht das nicht? Drillstip-Segment kann nicht installiert werden. Eine bessere Dampfturbine ist erforderlich. Drillstip-Segment kann nur unterirdisch installiert werden. Achso. Ja, dann würde ich sagen, ab nach unten. Los geht's. Mal gucken, ob wir noch einen längeren kriegen. Also, du weißt schon, ne? Dass der vielleicht, ne? Noch länger wird. So, ne? Gut. Uh. Also geht's wieder nach unten. In die Höhlen hinein. So. Vulkanusburg ist übrigens in neun Minuten fast. Sind wir fertig? Sind wir da? Warten wir mal eben. Jawohl. Wir sind unten angekommen. So. Das heißt, wir gehen mal auf Aufwertung. Kann ich das hinzufügen? Nein. Wir brauchen eine bessere Dampfturbine. Wo haben wir denn Dampfturbine? Kupferbohrer. Hier, Dampfturbine Stufe 1. Können wir eine weitere Dampfturbine denn überhaupt bauen? Was brauchen wir denn dafür? Einmal Kupferplatten. Und Produktionsmodul Stufe 1. Kupferplatten können wir herstellen. Und wir brauchen... Ich weiß nicht, ob wir zweimal... Ne, das ist Drillschip Kern. Moment. Quatsch. Wo guck ich denn? Haben wir gar nicht. Huh. Haben wir gar nicht tatsächlich. Das heißt, wir können das gar nicht erweitern. Egal. Dann packe ich das erstmal hier rein. Haben wir nochmal eine Erweiterung, falls wir nochmal einen brauchen. Dann müssen wir uns irgendwie was überlegen, dass wir vielleicht irgendeine Seite was wegnehmen. Ich bin gerade überlegen, ob wir hier den Frachtraum nochmal wegnehmen. Obwohl der eigentlich da ganz schön ist. Für Kohle und so, ne. Weil wir ja auch hier das Lager haben. Oder wir nehmen vorne den Frachtraum weg. Hier quasi. Weil... Ne, warte mal. Wo war der denn? War hier nicht auf Frachtraum? Ah ja, hier. Warte mal. Wir haben hier ne... Hier ist ein Kraftwerk, glaube ich, ne? Waffe. Das brauchen wir alles. Puh. Oder wir machen nochmal irgendwo eine Waffe weg. Also ne Gun. Hier können wir nichts hinbauen, ne? Oder? Ne, da ist ja die Tür. Oder warte mal. Wir machen eine Tür weg auf einer Seite. Hinten vielleicht. Das wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht die Idee. Warte mal. Nein. Ich will... Ja, können wir auch machen. Aber war jetzt nicht so meine Idee, das Licht anzumachen. Ich würde vielleicht... Im Prinzip eigentlich egal, ne? Da ist die Lampe. Dann würde ich hier vielleicht, äh... Das mal wegmachen. Das auch wegmachen? Ne, das geht nicht, ne? So, warte. Dann hier die Tür vielleicht. Und dann kann ich denn... Kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil... Aktiviert, damit wir wissen, was drin ist. Der Schlingel. Hier. Ersatzwand. Die brauchen wir. Dann können wir nämlich hier, glaube ich... Ne, Moment. Hier, eine andere Wand hinzimmern, ne? Oder? Oder? Kann ich hier... Ist die... Entschuldigung. Äh? Zu den Sachen, zum Schiff und nicht hier zu diesen Segmenten. Dann würde ich die, glaube ich, einmal hier mit reinpacken. Hier so. Und... Dann gucken wir mal. Also, dann würde ich sagen, wir düsen mal hier durch. Gucken wir mal, was der Käpt'n sagt. So, geherzter Bohrer. Ja, geil. Endlich können wir etwas für die Fahrt verbessern. Der geherzter Bohrer. Wenn er hergestellt wurde, kannst du ihn genau wie andere Aufwertungen im Drill-Chip-System installieren. Wenn die Produktion dafür zu lange dauert, solltest du weitere Produktionsbohrer. Produktionsmodule öffnen oder zusätzliche Module erstellen. Uh! Das machen wir erstmal als erstes. So, Kupfererz abbauen, Eisenerz abbauen ist unterirdisch, ne? Hatten wir aber, glaube ich, auch schon ein bisschen was gesammelt. In der letzten Folge, ich bin mir nicht sicher. Äh, wo haben wir die Sachen denn? Haben wir die unten? Aber hier ist doch nur Kohle drin, oder? Ey, wo haben wir denn die ganzen... Oder haben wir die schon verbraucht? Hier sind die Waffenkrempel drin. Da sind die... Die Reparatur... Ey, ey, haben wir nichts mehr? Die haben echt nichts mehr? Gut, dann müssen wir auf jeden Fall... Dann sollten wir auf jeden Fall ein wenig... Ja, Ressourcen fahren. Dann fahren wir erstmal nach oben. Ja, gut, wir haben nur noch knapp vier Minuten. Aber wir werden ja ein bisschen... Äh... Werden wir ja noch ein bisschen Zeit haben, was abzubauen. Eisenerz war, glaube ich, unterirdisch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hatten wir nämlich unten in dem Höhlen-System gefunden. Boah, wie lang der ist. Guck mal, wie lang der ist. So. Gut. Da ist er wieder. Soll ich mal ein Drillschirm mal wegschicken? Obwohl, nee, weil die sind ja eh nur vier Minuten. Ich habe die Tür gar nicht zugemacht, ne? Nicht, dass die da reingehen und uns bombardieren. Das wäre ein bisschen blöd. So, da kommt keiner rein. Gut, da gehen wir mal hin. Oh, Eisenerz gibt es auch oben. Uh, in 600 Metern. Oh, Metallschreit nehme ich auch mit. Gut, das bleibt... Ja. Ist nicht schlimm. So, lass mal gucken. Da ist auch nochmal Eisenerz. Ah, hier in der Mine, oder? Nee, was haben wir hier? Oh, Kohle. Weißt du was? Wenn wir hier sind, einmal... Würde ich das abbauen. Oh, richtig viel. Alter Schwede. Weil, wie gesagt, für den Antrieb brauchen wir es ja. Also nehme ich das auch mit. Ich würde jetzt nicht in die Mine unbedingt reingehen. Aber wenn wir einmal schon hier die Möglichkeit haben, würde ich das gleich natürlich mitnehmen. So. Gut, dann... Schauen wir mal... Hier. Ein bisschen Kupfererz abbauen. Ein bisschen mehr. Wir müssen echt mal irgendwie... Oder vielleicht mache ich das mal privat. So eine Folge, wo ich nur sammle. Aber nur eine Folge mit sammeln ist langweilig, oder? Ich weiß nicht. Dass ich das vielleicht privat mal mache. Einfach mal so... Keine Ahnung. So zweimal halbe Stunde hier rumlaufe auf der Insel. Einfach nur Ressourcen sammle. Damit wir da ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr haben. Aber ich muss aufpassen. Zwei Minuten nur. Wir haben ja in den letzten... In den letzten Folgen ja mitbekommen, wie schnell das gehen kann, dass man hier stirbt. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das wäre, glaube ich, ganz gut, ne? Mach das jetzt mal. Warte. So speichern. Dann können wir nämlich da jetzt schnell zum Schiff zurück. Falls uns was passiert. So. Das sind 400 Meter. Schaffen wir das? Zwei Minuten ist ein Vulkaner. Boah, das ist aber noch weit. Weiß nicht, ob wir das dann zurückschaffen. Ist halt so, oh nein, da ist Kundschaft. Aber warte mal. Wir können ja gut Technologie immer gebrauchen, ne? Technologie ist immer gut. Oh, warte mal. So, Technologie nehmen wir mit. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Und alles nehmen. Und dann würde ich sagen, dann düsen wir mal. Oh, das wird... Haarscharf, glaube ich. 1,40 ist schon wieder knapp, ne? Ich beeil mich mal. Lauf! Weil das Schiff braucht ja auch nochmal erstmal ein bisschen, bis es unter Tage geht, ne? Oder wir schicken das Schiff unter Tage und versuchen es irgendwie selbst zu... Ich schick's unter Tage. Äh, mit der 7, ne? Nein, ich rufe ein 6. Ja, ist gut. Ich muss unter... Ich muss weg. Uh, nimm das weg. Hoppsal, das Schiff schafft es unter Tage. Das ist wichtig. War hier ein Keller? Oh, Keller, Keller. Oh nein, hier ist kein Keller. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ist hier irgendwo eine Mine in der Nähe? Oh, fuck. Da ist eine Mine, glaube ich. Oh, jetzt muss ich mich aber weilen. Das wird wieder so ein knappes Ding, glaube ich. Oh, Mann. Das muss man besser planen. Holy Jesus. Schnell zur Mine. Bevor es knallt und alles. Lauf. Schiff wird wahrscheinlich unter Tage sein. So. Hu, ah, hu, ah. Alter. Ich glaube, hier waren wir safe, ne? So. Hey, Feuerwerk. Kommt jetzt wieder. Feuerwerk. Mist, kann man hier nichts abbauen? Oh, oh. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Jetzt kommt die Wolke und dann kommt die Lava. Ist halt so unerbittlich, ne? Ich glaube, jetzt war es das. So, können wir das Chip wieder rufen, glaube ich, ne? Würde ich mitnehmen, wenn wir hier sind. Können wir ein bisschen Abbau kommen. Wenn wir schon einmal Ressourcen-Farming betreiben, gerade. Da nehmen wir das mit. So. Also. Schön, wie es hier wieder aussieht. Genau, wir müssen ja da das abbauen. Jetzt sehe ich natürlich nur nicht, wo ich hinlaufe. Oh, hier oben ist noch irgendwas. Komme ich da hin? Mist. Hm. Ein bisschen Rüstung wäre auch wieder ganz nice. Wir haben nur noch Hälfte an Rüstung. Falls wir nochmal gegen irgendwelche Koks antreten und kämpfen. Ich weiß, was ich meine. Hier. Hier oben war noch... Irgendwas anderes. Warte mal. Hier, 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 hier. Da. Ja. Da haben wir noch Kupfererz. Da ist, nehm wir mit. Und dann düsen wir da hin. Ich hoffe, wir können so ein Schiff wieder an die selben Stelle hochrufen. Weil da war doch relativ ruhig gewesen. Ganz gut, tatsächlich. Oh. Jo, nehm ich mit. Weiß, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wo der das hinpackt in seinem Riesenrucksack. Aber keine Ahnung. Gut. So. Dann düsen wir mal. Das ist ganz schön weit. Das hätten wir nicht geschafft. Also wenn ich da hingelaufen wäre. Gut. Das Schiff hätte ich natürlich unter Tage rufen können. Also es ist runtergefährt. In die Erde. In den Erdkern. Und dann hätten wir uns natürlich irgendwo safe. Ja, wenn wir irgendwo was gefunden hätten mit safe, ne. So. Ich speichere nochmal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Nur zur Sicherheit. Alter. Uff. Wie soll ich denn da hinkommen? Da komme ich nicht hin. Hier so heiß. Okay. Heißt also für uns. Wir müssen, glaube ich, doch unter Tage. Mit der M ist die Mappe. Guck mal, ob ich mein Schiff rufen kann. Hier mit der 7. Ja. Hochplattau an. Das müsste hier sein, ne. Ja, genau. Da kommt's angefahren. Spitzhacke ausfielen. Ja. Immer mit der Ruhe. Wir müssen ja Eisenerz abbauen. Jetzt lass mich doch mal. Also dieser, dieser Computer manchmal. Ich habe übrigens immer noch die Lampe an. Fällt mir gerade ein. Hier sieht man die Taschenlampe. Wo kommt's denn raus? Ach, da hinten. Moin. Da müssen wir jetzt ein bisschen unter Tage fahren. So. Gut. Gut. Also. Das heißt, wir fahren unter Tage. Das mach ich mal eben. So. Ab geht's. Ab geht's. Nach unten. Alles wieder einfahren und los geht's. Ähm. Ich werde mal währenddessen ein bisschen sortieren. Hä? Hä? So. Ich geh schräg die Treppe hoch. So. Die Erze würde ich vielleicht hier mittig reinpacken. Also die, die gemischten Erze. Das haben wir ja gesagt. Wir machen ja erstmal so eine gemischte Kiste. Dann würde ich hier einfach, damit wir wissen, was da drin ist, einfach hier den dahin packen. So. Dann die Kohle packe ich auch wieder hier rein. Mal fast voll, Alter. Wir sind so gut ausgerüstet. Ah. So. Wir haben wieder ein bisschen was gekriegt. Das heißt, wir müssen ein bisschen aussortieren. Ja. Reparaturkit würde ich hier lassen. Ähm. Schrotflintenmonie behalte ich noch. Die Sachen würde ich aussortieren. Das Metall war hier. Also Kupferschrott. Und die zwei Energie, also Lebensenergie hatten wir. War das hier? Ja, hier. So. Pistolenmonie 12 packe ich rüber. Den Konverter und den ganzen Krempel hatten wir. Wo hatten wir es denn? Hier hinten. Ich muss mich erstmal zurechtfinden, ne? So. Gut. Das heißt also Eisenerz. Das heißt, ich muss mal eben auf die Karte gucken. Wo wir am besten, ähm. Wo wir am besten. Hinreisen. Ähm. Oh, oh. Spiel. Oh nein, es hängt. So. Deswegen fahre ich mal, ne Runde. Darf vielleicht nicht hin. Wir müssen irgendwo zu ne Etage tiefer. Mal gucken, wo wir es herkriegen. Also irgendwie eine, eine Etage tiefer müssen wir fahren. Weiß noch nicht, wo der Eingang davon ist. Ebene 1 und 2. Hier. Uh. Durch Eisenerz. Kann man es abbauen? Ja, nice. Da muss man anhalten. So. Das ist super, dass man hier auch ein bisschen was sammeln kann. Oh, da. Guck mal. Bisschen über die Hitze. Ah. Heiß, heiß, heiß. 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 So, ist hier. Daran funken 2. Ja, hier wollen wir hin. Hier wollen wir ein bisschen abernten. Weil wir haben ja diesmal mehr Zeit, als wie beim letzten Mal, wo das hier unten so explodiert ist. Da ist also, hier brauchen wir uns, glaube ich, keine. So, aber da kommen Roboter rechts. Guck mal rechts im Bild. Da laufen sie. Da laufen sie. Zerstören wir sie jetzt? Weil der Bohrer nach oben kommt? Wo kommt denn unser...